So, willkommen zu einer Runde Wettenkrieg, zusammen mit dem Tim. Moin. Wir machen nämlich heute mal die keine englischen Wörter Herausforderung. Darf ich ganz kurz erklären, wie es dir geht? Ja, dann darfst du das erklären. So. Wir machen heute eine Challenge. Wenn wir ein englisches Wort sagen, müssen wir mit unserem Equipment runterspringen. Also wir dürfen auch nicht extra noch davor irgendwas wegwerfen. Jo, das ist ja Riesenmach. Tim, du hast... Ach nee, ich bin nur behindert. Das ist mein Problem. Ja, danke, dass du es gemerkt hast. Können wir mal ganz kurz anmerken, dass der Typ Haltbarkeit heißt? Feier ich, feier ich. Tim, halt mal dein Maul. Falls euch irgendwas auffällt, wo wir das vergessen, danach runterzuspringen, by the way. Nick, darfst du bitte einmal runterspringen? Ach, stimmt. Schreibt es uns bitte in die Kommentare, wenn wir das... Wie war das mit dem... Du kannst dich da drauf konzentrieren? Ich habe nicht gesagt, dass ich es machen werde. Ich habe gesagt, dass ich es kann. Im Stock, glaube ich. Vier. Oh mein Gott, der macht sich direkt wieder. Aus einem Nuck, den außen Nuck weg rausschlagen. Was war das? Huf, Weinbund? Ein Gelber, der sich zu unserem Bett baut. Du baust das Bett ein, okay. Ich habe zwei Blöcke, dementsprechend baue ich das Bett nicht gut an. Äh, ich bin... Schön. Dankeschön. Ich bin Dankeschön. Tim 22. Du bist bitteschön. Ich bin Dankeschön. Was fällt dir ein? Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Wurrensohn. Was fällt mir ein? Das sehe ich jetzt aber nicht so. Also falls wir mehr Herausforderungen machen sollen, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare, was für Herausforderungen das sein sollen. Falls euch irgendwer einfällt, mit wem wir das zusammen machen können, schreibe ich es gerne auch ein. Ey, nee, also keine Ahnung. Was war es dann auch wieder mit der Runde? Nick, bist du... Hä? Gib den Typ an, Let's go. Nimm, kannst du bitte einmal geistig runterspringen? Ja, mach ich. Nicht legitime Hits heißt das bitte. Gut, schmeckst du runter, let's go. Eine Minute, 37 Sekunden später. Kannst du jetzt bitte einmal runterspringen? Du hast jetzt Go gesagt. Du hast jetzt wirklich 10 Sekunden gebraucht, um das zu realisieren. Mal behaupten, ich schnell brücke mal in die Mitte. Der Standbundennummer ist ja erfolgreich gescheitert. Ah ja. Dass er extra drauf sweatet. Hello darkness, my old friend. Die Gelben machen den 2017 Schwitzer-Move. Du wurdest von dem Gelben getötet? Woll, ich muss ich heulen. Kannst du mir mal ein Mail schreiben, was das werden soll, wenn es fertig ist? Ja, der baut sich hoch, ich baue mich hoch. Ich spring runter bis morgen. Ich habe ihn getötet. Diese Frau hinterfragt die Welt mit Fragen, für die meiner Meinung nach einfach einen Nobelpreis ausgestellt werden soll. Was eigentlich, wenn wir Englisch auf Englisch und nicht auf Deutsch sagen? Weil Englisch auf Englisch und Englisch auf Deutsch hört sich ja genau gleich an. Hm. Hm. Nee. Kennst du die Freunde-Challenge? Ich habe meine Mauer. Wenn einer stirbt, muss der andere auch runterspringen. Ah ja. Das ist doch im Grunde genommen paradox. Weil wenn der erste stirbt, muss der andere runterspringen. Weil er runter stirbt, ist der eine gestorben. Und dann müssen wir doch eigentlich... Jetzt mal ernsthaft. Junge. Das ist doch eigentlich ein bisschen paradox. Ein Grüner wollte sich gerade zu uns bauen. Ich glaube, dass der Grüne ein Huren sonnestet. Gelb ist bei uns in der Basis. Ich bin bei Gelb in der Basis. Ja. Du hast gesehen, dass Gelb aber trotzdem auch bei uns war. Der sich erst im Zweifel auch das Gold aus unserem Dorfland nimmt. Oh mein Gott, ich habe den mit einem halben Herz bekommen. Und dafür hast du die ein. Sehr, sehr gut. Verliehen. Die Mütte mal töten. Viel Gold als Belohnung gegeben. Ja, ich habe ein halbes Herz, Junge. Ach, der, 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 ja, gut. Ey, nee, das ist, nee. Wieso hast du mir das Gold gegeben? Was soll das? Oh, leise. Wieso gibt dir die mit einer Picke so viel Knockback? Da kommt jetzt einfach ein Grüner, der dich abstoppt. Sogar mit, ei, der. Boah, diese Map ist scheiße. Das hast du richtig erkannt. Stimmt. Nein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Tatsache nicht. Ich darf jetzt legal Pornos schrauben. Darf ich schon seit über zwei Jahren. Du bist ja ein alter Sack. Alt ja, Sack eher nicht so. Mein Vater ist ein alter Sack. Du bist mit 20 nur alt. Genau. Ich halte mein Mann. Ist besser. Wie genau bist du jetzt gestorben? Kennst du das, wenn du runterspringst und du durch den Schaden, den Fallschaden, so ein bisschen versetzt wirst, praktisch? Ah ja, genau. Was kannst du eigentlich? Junge, wieso habe ich das jetzt gesagt? Ich hätte der ein Bett gehabt. Komplett dämlich. Aber es ist halt... Und der hat mich erfolgreich getötet. Nice. Ich habe den Iron Block falsch gesetzt. Kannst du bitte runterspringen? Oh mein Gott. Was machen die Blauen denn? Die Junge. Noch mehr. Nee. Junge. Oh, ey. Okay, die haben beide... What? Der actually hell? Du Huchensohn? Nee, also jetzt mal ernsthaft. Was war das gerade? Ich habe uns mal immer hier eine Mauer hingebaut. It was beautiful. It was just the perfect... Ah, das ist, glaube ich, so ein eingedeutigtes... Keine Ahnung was. Ich hatte da einen Block drauf gesetzt. Den abgebaut? Den hat er schätzungsweise abgebaut. Also, ich weiß nicht. So ein bisschen mit dem Bogen geschossen. Bye, have a great time. Eie, kann ein Typ noch mehr Huchensohn sein als Rot und Blau gerade? Nö. Ah, immerhin nicht so exzessiv. Immerhin nicht so Exorcist oder was? Genau. Ganz ehrlich? Hast du gerade Bock auf eine Dämonenaustreiber? Ich schon. Absolut. Immer doch. Bin ich dabei. Anmerken, dass ich gerade von Blau und Rot gleichzeitig abgeschossen wurde und deswegen nicht runtergefallen bin. Dass du Rot schon gehabt hättest, hättest du kein englisches Wort gesagt. Ja, das ist das Traurigste. Dass sie jetzt beide einen Bogen haben. Ey, wie hobbylos kann man sein? Geh mich umbringen. Yo. Lohnt sich ja eigentlich gar nicht mehr zu spielen. Das Einzige, was sich lohnen würde, wäre ein... Anti... Ach, heilige Scheiße. Ich schnell baue mich einfach mal in die Mitte, vielleicht schaffe ich es ja. Ein Anti-Spawn-Trap, so. Und jetzt springe ich dafür runter. Aber du kannst mir mal sagen, was Spawn-Trap auf Deutsch heißt. Ähm. Okay, das ist echt eine gute Frage. Danke. Ja, ich würde sagen, wir machen ganz einfach allerbeste Equipment. Das ist auf Deutsch, oder? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein, das ist Englisch. Hä? Der, äh, ähm, der... Super. IQ-500-Move einfach. Kannst du runterspringen? Wieso? IQ-500-Bewegung. Intelligenzquotient, was ist das in Englisch? Achso. Achso, achso. Ähm, ja. Nehmen wir mal. LK schallert. Junge, darauf muss man erst mal kommen. Ey, blau hat nur Spinnenweben. Wir machen uns das allerbeste Vollausrüstung. Das ist ein roter, der uns wahrscheinlich töten will. Und erfolgreich gestorben ist. Nein. Okay, ich hab fünf Gold. Ich geh jetzt zurück in unser Hauptquartier. Ja, ich bin jetzt nochmal in der Mitte und hol mir nochmal... Gold, um dabei zu sterben? Nee, mich trifft er irgendwie nie. Du hast so viel Glück. Ich kann mir echt keinem erzählen. Nein, das muss man können. Junge, nee, dich trifft er nicht und mich jedes Mal? Was soll das? Ja, okay, ich bin weg. Auch endlich mal. Das hat ja lange gedauert. Nee, ich freu mich, dass mal Ausgleich geschaffen wurde. It's been a long day without you, my friend. Ich hab vier Gold im Minotar, aber unser Bett ist jetzt weg. Von daher ist es egal. Ich dachte, du bist in der Mitte bei dem. Ja, nice. Ey, warst du nicht in... Ja. Einfach. Er schreibt einfach und lief. Also, das ist halt echt so ehrenlos. Na dann, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir sehr gerne mit einem Like-Kommi und ein Abo. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es so nicht getan habt. Teilt den Stuff, wenn es euch gefallen hat. Würde mich supporten. Wo sollen sie es teilen, Tim? Hau mal raus. Auf Twitter, Twitch, YouTube und so. Und Miss Geburt. Ich weiß nicht, wie sie es auf Twitch teilen können, aber kann ich... Falsch? 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 Ja doch, sie streamen einfach deinen Twitter-Account. Das ist eine Idee. Das müsste ich wirklich mal machen. Nur aus Troll. Let's play Twitter. Schreibt mal bitte in die Kommis, falls euch irgendwas aufgefallen ist, wo wir das nicht gemerkt haben, weil es sind wahrscheinlich 400 Stellen gefühlt. Schreibt uns mal in die Kommis, ob ihr der Überzeugung seid, dass es Huren-Sinne waren, weil das sind wir definitiv. Wir sind der Überzeugung, dass es Huren-Sinne sind, oder? Ja, 150.000%. Wir können auf einen anderen Socials, ist alles unten verlinkt. Falsch auf meinem Insta poste ich inzwischen ein bisschen Stuff. Und da bekommt ihr immer mit, wenn ein neues Video an ist oder was. Bis dahin. Ciao. Gute Nacht. Tim, willst du noch was sagen? Nein. White Lights ist jetzt unten. Was? Als ob du den in der FL hast. Aua. In welchem Clan bist du? Achso, White Lights. Wurde mir auch angezeigt. Ich sag nichts mehr. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Schön, euch gesehen zu haben.